Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von IT-Tweak. In dieser Anleitung schauen wir uns an, wie wir zum einen herausfinden können, welche Version von TPM wir installiert haben und zum anderen, ob diese aktiviert ist. Microsoft hat das Ganze hier als Voraussetzung gesetzt für die Installation von Windows 11 und damit ihr das Ganze hier kontrollieren könnt, zeige ich euch, wie ihr dabei vorgehen müsst. Als erstes kontrollieren wir jetzt, ob die TPM-Version aktiviert wurde im BIOS. Dazu brauchen wir einmal die PowerShell. Diese erreicht ihr über die Windows-Taste und dann einmal PowerShell eintippen. Wir müssen das Ganze als Administrator hier ausführen und dann bestätigen wir den Sicherheitshinweis noch mit Ja. Jetzt tippen wir den Befehl Get-TPM ein, drücken die Enter-Taste und jetzt erhalten wir eine Liste bei dem TPM-Status. Wenn ihr überall bei TPM-True steht, habt ihr TPM definitiv aktiviert. Leider steht hier nicht, welche Version, ob 1.2 oder 2.0, aber das schauen wir uns jetzt an. Dazu drückt ihr die Tastenkombination Windows R, gebt jetzt tpm.msc ein, drückt die Enter-Taste und jetzt erhalten wir die TPM-Konfiguration auf diesem PC und bei Hersteller-Informationen finden wir unten die Spezifikationsnummer. Das ist hier TPM 2.0 und somit steht einer Installation von Windows 11 4 nichts im Weg. Wenn das jetzt bei euch nicht die Version 2.0 ist oder beim vorherigen Test ihr dann nicht True stehen habt, sondern False, also dass das Ganze deaktiviert ist, schaut mal in euer BIOS, ob ihr TPM dort aktivieren könnt. Wenn ihr nicht genau wisst, wie das Ganze funktioniert, ich verlinke euch nochmal ein Video, da habe ich das nochmal erklärt, worauf ihr achten müsst und dann sollte das Ganze auch bei euch klappen, wenn ihr die Hardware-Voraussetzungen dafür habt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert den Kanal hier. Damit sind wir durch, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.